Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architekt. Wir haben einen kleinen oder zwei kleine Ingame Tage übersprungen, einfach um zu warten bis jetzt dieser Zellenblock fertiggestellt wurde. Ansonsten ist nichts passiert. Außer dass ich angefangen habe hier die Kameras um zu platzieren, weil mir wurde gesagt, dass man die durchaus in alle vier Richtungen ausrichten kann und dass ich sie auch wohl ein bisschen falsch angeschlossen habe. Aber nun gut. Wir geben jetzt wieder Gas. Ich habe mich da wohl ein bisschen vertan oder es lag einfach daran, dass die Aufnahme schon viel zu lange lief und dass deshalb das Spiel ein bisschen langsamer wurde. Aber jetzt sehen wir, dass das läuft durchaus noch ganz gut. Und ja, während dieser zwei Tage, wo ich mich jetzt hier so in unserem Knast so ein bisschen umgeguckt habe, waren hier die Bäume fertig und wurden abgerissen und leider wurden die eher nicht so hier in die Werkstatt gebracht oder aufs Lager, sondern die wurden halt einfach alle direkt irgendwie verkauft. Deshalb haben wir jetzt wieder einen positiven Cashflow und erbracht uns 8000. Ja, das ist ein bisschen suboptimal. Aber ja, wir machen weiter. Da diese Zellenblock jetzt hier fertig ist, werden wir jetzt auch diese Zellen wieder als solche ausweisen. So, jup. Das registriert der auch. Okay, dann werden morgen früh dann jetzt wieder 15 neue Gefangene kommen und wir machen direkt weiter mit 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 dem platzierenden neuen Zellen hier in diesem neuen Block solange wir die Kohle haben so, das war die erste Reihe gefolgt von der nächsten meines dürfte jetzt auch irgendwo klar sein dass wir jetzt praktisch eigentlich nur noch Zellen bauen weil alles andere dürften wir so ziemlich haben hier habe ich schon ein klein bisschen vorgebaut so, da brauchen wir jetzt noch nicht die ferngesteuerten hier die Einzelzellen Einzelhaft Zellentüren so, die kriegen wir da jetzt auch noch rein und Räume Einzelhaft zack wo wir jetzt auch hier noch ein wunderschön Metallboden rein wollen ähm die Stromversorgung da hoffe ich jetzt mal das wird schwierig bin mir auch nicht sicher ob das hier funktioniert hat mit dem heransetzen weiterer Kondensatoren hoffen wir einfach mal dass das klappt dass wir jetzt hier nicht noch einen dritten Generator bauen müssen für diese Zellenblöcke das wäre sehr schade aber wie dem auch sei wir ziehen jetzt hier erstmal eine Hauptstromleitung solange der Geldvorrat reicht so, wo kriegen wir das Wasser her mhm wäre fast ne ich glaube es kommt aufs gleiche raus so und darunter so und darunter ich ziehe die jetzt hier auch nicht mehr ganz bis außen rum weil nicht notwendig mal ganz spontan gesagt wir sind jetzt definitiv ihr seht es am Kontostand an einem Punkt wo wir deutlich aufs Geld achten müssen es wird jetzt morgen nochmal dann natürlich mit den neuen Gefangenen dann natürlich wieder in Schwung Kohle reinkommen und wie sieht es aus mit den das wollte ich jetzt gucken hier mit den mit den Zuschüssen wenn wenn der hier dann steht dann haben wir den Zellenblock C fertig dann bekommen wir wieder nochmal 30.000 glaube ich so ungefähr und wenn dann die kurzfristige Investition dann nochmal abgelaufen ist dann können wir auf jeden Fall den nächsten Block bauen wir warten auf Kapital 18 Stunden das 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 schaffen wir alles jetzt noch demnächst ja das Bildungsding ne wenn das hier mal wenn das abgeschlossen wäre dann würde uns den letzten Bonus geben den wir brauchen um das hier komplett fertig zu machen aber wir sind auf einem Weg wo man eigentlich sagen muss dass das passen wird weil hier wird dann noch ein ordentlicher Zuschuss reinkommen und der der Cashflow wird steigen und da dieser Trakt jetzt auch bereits gebaut ist ist die nächste Kapitaleinlage nenne ich es jetzt mal dann im Grunde auch schon fertig wieso haben wir 97 Zellen das dürften nur 90 sein wieso sind es 97 das verwirrt mich jetzt ein bisschen 15 60 das dürften nur 90 sein wieso zum geil sind das 97 Zellen ah sind jetzt schon auf die Schnelle hier welche fertig geworden ne das kann nicht sein doch da waren jetzt schon welche fertig aber aber so haben wir nicht gewettet so es kommen 15 jawoll so will ich das sehen 15 in 12 Stunden so ja wie schaut's aus mit den Programmen Einführungssicherheitswerkstatt da haben 15 bestanden da könnten wir ja mal hier mal arbeiten sieben sieben haben sieben haben die Grundlagenbildung bestanden weitere sechs könnten da stehen das schon an für die nächste Runde ja ja dann bräuchten wir nur noch einen der hier die Allgemeinbildung mal macht das wäre toll wenn das stattfinden würde so dann wurde angemerkt dass die ähm die Herdplatten hier eventuell falsch stehen aber ja wie aussieht gut sie sind in die sie stehen in der Tat falsch auch hier oben schon aber naja sie funktionieren ist im Hinblick ok dann gucken wir jetzt noch mal ich habe einige Kameras um um platziert so die steht richtig die hier steht immer noch falsch so Objekte Kamera so so rum müsste die dann richtig sein die hier stimmen alle die hier stimmen die hier ist irgendwie noch falsch aber der muss sich vorher den Duschkopf abreißen na gut machen wir das mal und da reißen wir an der Stelle noch alles ab um das dann neu zu platzieren so die Kameras die sitzen alle richtig die hier in der Dusche sitzt richtig und die da unten auch so wir können an einen Überwachungsterminal können wir acht Kameras anschließen ui da kam Geld rein finde ich gut ähm das heißt dann aber auch schon dass wir weitere brauchen so mal mindestens noch zwei ok dann schauen wir mal an wie die jetzt hier angeschlossen sind einige sind wohl falsch angeklemmt also die müssen vom Monitor zur Kamera angeschlossen werden und das habe ich wohl einige Male falsch gemacht deshalb werde ich jetzt einfach die demontieren und die alle nochmal neu verkabeln und dann und dann machen wir es im zweiten Anlauf richtiger erheblich richtiger so also jetzt hier nochmal Kamera so so rum müsste sie jetzt richtig rumstehen und der Duschkopf wachen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr einstellen ich denke die die wir haben die sind platziert das dürfte das dürfte reichen so der Strom ich platziere jetzt hier noch weitere Kondensatoren und dann schauen wir mal ob dann die Stromauslastung tatsächlich sinkt ich habe jetzt alles hier in diese Kondensatoren geballert und wenn das sinkt ist gut wenn nicht reißen wir sie wieder ab und dann müssen wir halt schauen dass wir einen neuen dass wir einen neuen ähm Generator nochmal gebaut bekommen anders geht es dann halt nun mal nicht und diese scheiß Telefonzellen kosten 300 ne naja und ja mit dem neuen Generator dann können wir die Dinge die Kondensatoren ja wieder abreißen und dann können sie an den neuen Generator klemmen insofern ist das jetzt nicht sonderlich schlimm so jetzt die Überwachungsmonitore die müssen wir jetzt hier neu platzieren das können wir machen oder wir nutzen einfach die die jetzt da sind geht ja auch dann wollen wir mal verbinden also acht Stück das sind zwei Blöcke ähm das heißt ich brauche mindestens noch einen mehr so und dann bauen wir sie direkt also verbinden an den hier an die hier an die hier und an die das sind dann jetzt das war jetzt ein Block so und dann schließen wir den nächsten auch da an hier fehlt die Kamera noch ja ist nur noch nicht gebaut so dann haben wir jetzt die zwei Blöcke verkabelt und dann machen wir direkt mit dem nächsten weiter so und nehmen wir den in na so so ein so ein so ein